Musik Willkommen bei Bahn News Österreich Westbahn verkauft alle Züge an die Deutsche Bahn Am 22. Juli wurde bekannt, dass die Westbahn alle 17 in ihrem Besitz stehenden Züge an die Deutsche Bahn verkaufen wird DB Personenverkehrsvorstand Bertolt Huber erklärte Zitat Die Züge sind in einem hervorragenden Zustand und bedeuten Komfort und Zuverlässigkeit für unsere Kunden Die Züge, die bekanntlich vom Schweizer Hersteller Stadler Rail kommen sind bis zu 200 kmh schnell und bestehen aus 4 bzw. 6 Wagen mit über 300 bzw. über 500 Sitzplätzen Eine neue Außenlackierung wie hier gezeigt soll den Zug außerdem zu einem unverkennbaren Mitglied der DB Intercity Familie machen Die Deutsche Bahn erhält die ersten Züge bereits im Dezember und wird sie als Intercity 2 auf der neuen Linie Dresden-Berlin-Oranienburg-Rostock einsetzen Sobald eben die erforderlichen Test- bzw. Schulungsfahrten abgeschlossen sind Bereits ab Frühjahr 2020 sollen dann die ersten Züge im 2-Stunden-Takt pro Tag und Richtung auf dieser neuen Linie verkehren Bis die Westbahn-Züge in Deutschland im Einsatz sind, startet die neue Linie zunächst mit Intercity der ersten Generation Weil schon ab Dezember die erste von zwei Tranchen an Zügen nach Deutschland geliefert wird fährt die Westbahn ab dem Winterfahrplan dieses Jahres nur noch im Stundentakt zwischen Wien und Salzburg Ab Ende 2021 plant die Westbahn dann den Halbstundentakt wieder aufzunehmen Dann sollen nämlich die ersten neun Züge eingetroffen sein Die die Westbahn wieder aller Erwartungen nun doch von Stadler bekommen wird Die ÖBB werden sich jetzt bemühen, die Angebotsreduktion der Westbahn bestmöglich mit eigenen Zügen zu kompensieren So der Sprecher Sven Puswald Blutspur am Grazer Hauptbahnhof Eine Blutspur am Grazer Hauptbahnhof gibt weiterhin Rätsel auf Ein Sicherheitsorgan hatte die rund 250 Meter lange Spur am Morgen des 19. Juli entdeckt Sie führt vom Wasserturm westlich des Bahnhofs durch den Personentunnel Nord bis in die Wartehalle und zum Bahnhof Vorplatz Dort endet sie, hieß es, am Freitag seitens der Polizei Trotz der großen Blutmenge, die auf eine recht schwere Verletzung hindeutet, weiß man nicht mehr Mögliche Zeugen eines Vorfalls oder Passanten, die eine verletzte Person gesehen haben Können sich mit der Polizeiinspektion Graz Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 05 91 33 65 84 in Verbindung setzen ÖBB CityJet Eco auf Erprobungsfahrt in Oberösterreich Vor wenigen Tagen war der von ÖBB und Siemens entwickelte Prototypzug CityJet Eco in Oberösterreich auf ausgewählten Strecken unterwegs, um mögliche Einsatzgebiete zu prüfen Dies habe ich übrigens auch schon auf Twitter verkündet, wenn ihr also immer die neuesten Informationen rund um die Bahnwelt stundenaktuell erfahren möchtet Dann folgt mir gerne auch auf Twitter unter Eisenbahn in Österreich Auf seiner Erprobungsfahrt auf der Almtal, der Donauuferbahn, der Matiktalbahn und im Riederkreuz wurde der Elektrohybride CityJet Eco auf Herz und Nieren getestet Auch die Infrastruktur wurde betrieblich und versorgungstechnisch auf den Erprobungsfahrten evaluiert, um die Strecken zu identifizieren, die dann auch im echten Fahrgastbetrieb befahren werden sollen Mehrwertsteuersenkung für die Bahn Die Deutsche Bahn unterstützt ausdrücklich den Vorschlag, künftig die Mehrwertsteuer für Fernverkehrskarten zu senken Bisher gilt für den innerdeutschen Fernverkehr der normale Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent Dieser ist ja so in Deutschland üblich Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz, der bereits im Nahverkehr bis zu einer Fahrtstrecke von 50 Kilometern gilt, beläuft sich auf 7 Prozent Nahezu alle EU-Länder wenden im nationalen Schienenpersonenfernverkehr reduzierte Mehrwertsteuersätze an Die Deutsche Bahn schätzt, dass ein reduzierter Mehrwertsteuersatz jährlich mindestens 5 Millionen zusätzliche Fahrgäste bringen würde Nicht zuletzt rechnet man damit, dass auch Fluggäste auf die klimafreundlichere Bahn umsteigen würden Missglückter Abschleppdienst für E-Lok Nun folgt eine wirklich kuriose Geschichte Ein 61 Jahre alter Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn ist mit dem ungewöhnlichen Versuch gescheitert eine E-Lok mit seinem Auto auf ein anderes Gleis zu ziehen Zuvor hatte der Fahrdienstleiter im niederselzischen Westerstede Ottolt die Lok in der Nacht zum Montag fälschlicherweise auf ein Nebengleis ohne Oberleitungen gelotst Weshalb der 61-Jährige die Lok auf das falsche Gleis schickte, war zunächst unklar Auch die Entscheidung, ein Auto dazu zu verwenden, die Lok auf das richtige Gleis mit Oberleitung zu ziehen stellt die Deutsche Bahn vor ein Rätsel DB wendet 3D-Druckverfahren für Ersatzteile an Die ersten Ersatzteile, also Metall für Rangierloks, wurden bereits mit einem 3D-Drucker gedruckt Der Meilenstein daran ist, dass praktisch alle kleineren Ersatzteile für Lokomotiven oder Wagen die aus Metall oder Plastik bestehen, von der Deutschen Bahn einfach selbst ausgedruckt werden können Dies ist insofern eine große Erleichterung als dass manche dieser Ersatzteile bisher eine Lieferzeit von einigen Monaten hatten Außerdem integriert die Deutsche Bahn das Fach 3D-Druck erstmals in die Berufsausbildung Nach der tödlichen Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof geht die Suche der Ermittler nach dem Motiv des Tatverdächtigen weiter Der 40-jährige Mann, der am Montag einen 8-jährigen Jungen vor einem einfahrenden IC in den Tod gestoßen haben soll wird laut Staatsanwaltschaft Frankfurt die Untersuchungshaft beantragt Bisher hat er sich zu dem Fall nicht geäußert Er soll allerdings selbst drei Kinder haben Außerdem wurde der Mann bereits von der Schweizer Polizei gesucht und scheint psychisch krank zu sein Weiters gibt es keine Hinweise auf Drogen oder Alkohol Außerdem gibt es keine Erkenntnisse über eine Verbindung zu einer Tat im hessischen Wächtersbach Die Bahnbetreiber ÖBB und DB gaben bekannt dass sie bereits einem umfangreichen Sicherheitskonzept folgen würden Ein solcher Angriff sei aber praktisch nicht zu verhindern Man rate deshalb zu erhöhter Aufmerksamkeit auf den Bahnsteigen Die weißen Schienen Die SBB analysiert ähnlich wie die ÖBB derzeit die Möglichkeit der weißen Schienen Bei diesem Verfahren werden die Schienen seitlich mit weißer Farbe bemalt Eine Studie in Zürich hat ergeben, dass mit dem hellen Anstrich die Schienen um bis zu 7 Grad kühler bleiben Diese Messungen führt die SBB während der aktuellen oder mittlerweile schon vergangenen Hitzeperiode durch Wird einer wesentliche Wirksamkeit nachgewiesen So prüft die SBB unter welchen Kriterien weiße Schienen auf den insgesamt 7000 Gleiskilometern Sinn machen Andere Bahnen, eben erwähnt wie etwa die Rhetische Bahn und die ÖBB haben bereits Erfahrungen mit dem Einsatz von weißen Schienen gesammelt Neben den weiß angemalten Schienen sollen auch Betonschwellen das Risiko für Gleisverwerfungen senken Für aktuelle Infos und um in Kontakt zu bleiben folgt mir doch gerne auf Twitter unter Eisenbahn in Österreich Danke, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche antes ging es probierab Calder Und er hat